Mit Entertain, dem Fernsehen der Telekom, können Sie nicht nur Live-TV und Ihre eigenen Aufnahmen sehen, sondern mit Video-Load haben Sie auch Ihre eigene Videothek zu Hause. Gehen Sie einfach in den Menüpunkt Video hinein, auf Video-Load, bestätigen Sie und schon befinden Sie sich im Menü, können dort navigieren und sich beispielsweise auch Trailer anschauen. Unter Vorschau sehen Sie den Trailer. Ich habe dir versprochen, wenn ich je irgendetwas von deinem Date höre, erfährst du es als Erster. Wenn Sie auf den Punkt Film leihen gehen, kommt noch einmal eine Abfrage, ob Sie den Film in SD oder in HD ausleihen möchten, sofern er in beiden Formaten verfügbar ist. Und es werden Ihnen auch die entsprechenden Kosten angezeigt, bevor Sie das Ganze starten. Neben den Spielfilmen haben Sie jedoch noch verschiedene Optionen. Es gibt das Angebot der Woche, es gibt reduzierte Filme, es gibt Serien-Specials oder spezielle Channels, sowie auch Dokumentationen und Musikinhalte. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei. für einen Link, die über die Übersetzung für ihre Freunde kommen hin, aber es wird ähnlich. Untertitelung des ZDF, 2020